ja hallo und herzlich willkommen meine freunde weiter geht's mit der zusammenfassung von the terror group trail in dieser folge gehen wir part 14 und 15 an wir müssen also auf labs drei quest items looten die sich grob in der mitte der map im black und im green keycard room befinden was es natürlich schwierig macht da gerade der green nicht wirklich häufig zu finden ist und da ihn keiner von uns hatte und wir auch nicht die patte hatten den zu kaufen blieb uns nichts anderes übrig als zu warten bis wir vielleicht das glück haben dass auch andere hinein müssen und den raum aufsperren so dass wir danach hinein können sobald die dort fertig sind wenn wir das dann geschafft haben geht es weiter mit part 15 wir müssen in diesem part zwei usb sticks auf woods beschaffen die einmal wieder auf labs und auf lighthouse station um diese abzuschließen so und wie das ganze für uns ablief habe ich euch mal wieder in diesem video zusammengefasst für mich waren es auf jeden fall nicht die spannendsten parts der questreihe gefühlt aber die mühseligsten haut doch mal in die kommentare welcher part der questreihe für euch so das highlight war das war es aber an dieser stelle auch wieder mit meinem gebabbel ich bin's wie immer ganz schaut danke euch fürs zuschauen und wünsche jetzt viel spaß mit dem video aber wenn wir hier rein theoretisch hier unten durch rennen einmal komplett bis ans ende einmal quer rüber denn auf das holz sind links die klos da geht halt kaum einer rein weil da nichts zu holen ist gleich wenn du doppelt hörst muss aufpassen da könnte was sein ist keiner nicht die treppe hoch nein nein links dran vorbei auf dem holz links dran vorbei auf dem holz und da ist irgendwo ein gleich alles gut naja hier können wir auch kurz warten das ist eine scheiße der hat nur sowas gesagt von wegen hier erst nur darum seine radarscheiße gemacht zu kriegen was anderes interessiert ihn gerade gar nicht und das war ein anderer das ist ein brite oder ein australier wahrscheinlich ein brite australier spielen und jetzt ringt es sich auf manu alle machen mit nur einer wieder hallo ist hier der working bereich ja dann sind die alle nah beieinander ich glaube ich habe rechts oben was laufen sehen ich weiß gerade nicht wo wir sind ja da war er nach hinten diablo ja tobi rennt vor hier ist black kommen wir wieder zurück siehst du uns hinten hä wo warte ich hier komm dreht dich um dreht dich um hier bin ich da warum kommt hier ein fahrstuhl runter hier bin ich Green ist offen Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was gestorben Spieler auch D-Lex Ich pushe rein Ok Ja genau mach dich voll Sorry So runter zum Fahrstuhl oder ist der hier oben auch an? Kommst du? Ja ja ich komme Machst du an? Ja Oh falsch Ist gedrückt Warte nicht drücken nicht drücken nicht drücken nicht drücken So jetzt kannst du drücken Oh Warte jetzt kann ich nur noch Stop drücken Stop Puuuuh Warte ein Kuddelmuddel Warte wir sind gar nicht mehr schlecht Ja wir sind beim Dorf Ja ja Jetzt ist das mal egal jetzt haben wir ja gerade noch nichts zu verlieren Oh Warte Warte Fick dich. Noch einer. Hä? Ah, hier. Ah, hier war noch ein Skaff unten drin. Einer hier auf dem Nachttisch. Genau, und der andere direkt auf der Matratze. Ich würde aber sagen, wir machen uns als allererstes an den Lapsding, oder? Weil es zu schwer ist da. Erst das Schwere, dann das Leichte. Boah, dein Gestampfe geht einem hart auf den Sack, ne? Ja, jetzt doch du leichter bist, oder? Finde ich. Oben lang? Ja, hier hoch und gerade. Ah, ja, genau. Irgendwie an dem Doppelbildschirm, ne? Oh, jetzt ist es mir egal. Unter und raus, oder was? Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja. Schießt tatsächlich einer auf uns. Puh. Wie kommen wir hier zum Gate? Ah, Hangargate, ne? Genau. Dürfte eigentlich bloß noch ein Radar sein, ey. Der auf uns nicht ballert hat. Ah, meint der Rüttisch? Alter, mein Kopf. Er schreit auch nicht, ne? Er schießt einfach aus der Ferne. Was eine Kacke. So, das auch. Fertig. Tür ist offen. Mhm. Ah, er wahrscheinlich, ne? Vor uns. Weißt du nicht. Was? Scaf. Komm her. Hast du ihn, oder? Ja, jo. Mein Gagler auch was Totes. Hä? Place. Ja. Ich bin durch jetzt, warte. Jetzt kannst du, geh hier in die Pussy. Dann, genau, gucken wir jetzt wegen deiner Verrückten da schnell hin. Da hab ich jetzt Bock drauf, da kann ich auch ein bisschen hinrushen jetzt. Meine Fresse, Junge. Wer baut denn hier so viele Büsche hin? Der Herrvater. Einer, einer ist hier vorne. Einer ist links am Ausgang, ne? Beim Zaun. Der ist tot. Dann kannst du schon mal anlooten. Rennen hier noch rum. Ne, der hat nicht. Hier hinten ist noch einer. Hier ist noch einer. Beide. Hier ist noch einer in einem Haus, die mach ich auch. Ich sag dir gleich, wo die liegen. Okay, komm her. Das müssen alle gewesen sein. Der hier. Der könnte auch einer gewesen sein, oder nicht? Ne, der hat auch nichts. Hier hinten ist einer. Ah, die zwei müssen jetzt haben, ja. Der hier. Sieht gut aus. Einmal. Okay. Warte, den anderen hab ich hier irgendwo erschossen. Warte. Hier vorne. Ne, warte. Hier. Hast du ihn? Ja. Ah. Oh, Mann. Ist egal, einer besser wie keiner. Na gut, dann Richtung Wasgang. So, den haben wir geplaced. Das war ja nice, dass da kein Schwanzen gerannt ist, ey. Eine schöne gute Nacht wünsche ich dir, du. Angenehme Träume. Darin k dile Innenkopf. Tschüss. Drucke. Drucke. Droh. Drucke. Die Frau, du is die schwanzen. Die Frau, du bist zum nächsten Mal. Drucke. Bis zum nächsten Mal.